Dienstagmorgen. Kurztag 8. Das Wetter. Naja. So, wir müssen die Boototräder jetzt gleich zurückbringen. Und dann gucke ich mal, ob ich beim Optiker noch vorbeifahren. Ansonsten habe ich jetzt heute keine konkreten Pläne. Mal sehen. Die Maschinen werden abgegeben hier bei Ducati in Düsseldorf. Und jetzt muss ich mal sehen, wie ich hier durch die Gegend fahre. So, es gibt noch mal Nachschub Federbeißen, denn er war ziemlich gut. Eine Flasche gestern war ein bisschen wenig, wenn jeder mit trinkt zu Hause. Mittlerweile kurz vor 6. Jetzt laufen wir hier durch die Wohnsiedlung zum Rhein. Da gibt's die Schnellenburg. Ist ein Lokal. Da trinken wir uns ein Weinchen oder keine Ahnung. Treffen uns mit jemandem von früher. Und dann geht's eventuell noch in den Nordpark. Da findet irgendeine DJ-Party gestern. Da habe ich keine Ahnung, was das ist. Habe ich auch nicht wirklich Bock drauf. Aber mal gucken, ob wir uns das noch antun dann. So, wir sind durch bei der Schnellenburg. Ich bin irgendwie krank. Meine Nase ist dicht. So, jetzt sind wir hier mitten im Nordpark an der Nordcafé oder sowas. Auf jeden Fall der DJ Gas geben.